Musik Wow 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 Junge, ich hab dir das gerade gesehen Ach du Scheiße Habt ihr das gerade mitbekommen Junge, jetzt bitte in den Chat schreiben Wer gerade zuhört und da ist Der kann sich den größten Fauxpas Der Menschheitsgeschichte reinziehen Ach du Scheiße Was hab ich denn da für Kacke gebaut Ich guck so gerade durch Alex Q, pass auf Junge Pass auf Ich guck so, was für Waffen ich hier so nehmen kann Such so nach so einem Mastery Sehe hier so, okay, das ist Stangenwaffe mit Beweglichkeit Pipapo Und seh so diesen Stab hier Und dann guck ich so rechts rüber Was ich für einen Stab hab Fällt dir was auf? Und ich frag mich, warum ich nicht zeile Junge, es fehlen einfach fast 3000 Intelligenz Weil ich ne Feral-Waffe gekauft hab Für meinen Resto-Druiden Ich denk so Resto-Druid teilt nichts Junge Imagine Und jetzt sind die Nerfs da, weißt du? Ich schwöre dir Alleine, dass ich Das ist ja Als hätte ich gar keine Waffe angelegt Also ich hab damit trotzdem eins Ach geschafft, ne? Äh, da war mal abgesehen, ne? Ach du Scheiße Junge, das wird geklippt Das wird geklippt Zack, ich hol mir jetzt den Stab Der hat Intelligenz drauf Auf einmal so Ich geb mir ein Hot 20k-Ticks Also ich Ich will jetzt auch nicht übertreiben Aber ich glaube Der Difference Ist schon big Wenn dir so 3000 Intelligenz fehlen Ach du Scheiße Das ist wieder Das ist ein typisches Ding für mich Ich hab die ganze Zeit Resto-Druid mit der Feral-Waffe gespielt Das ist richtig, ja Aber 1.8 war drin Oh, ich hab kein Gold Ach du Scheiße Das ist ja Ich bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal gin